Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Du glaubst nicht, was mir passiert ist Das darf ich mir gleich mit Sicherheit anhören Ich geh mal kurz Wo fang ich diesmal überhaupt an? Dann leg mal los Wo warst du so lang? Das ist ne lange Geschichte Ich komm grad aus der Wüste Ich hab mal wieder allein unterwegs Auf der Suche nach meinem nächsten großen Abenteuer Dem nächsten großen Ding Den ersten ganzen Tag über ist rein gar nichts passiert Ich hab niemanden geradet Wurde nicht geradet Und bekam nicht mal das kleinste bisschen PvP Doch was ich dafür heute erleben durfte Übertraf meine Vorstellung von einem guten Tag in Acom einiges Alles begann jetzt Und genau hier Oh Zwei Gamer Kann ich da was machen? Hit Scheiße, der Cryot Er ist weg Den hätte ich gern gejoinnt Let's go Hit Hab ihn Hit Sleeper raus Cryos Der Archie Der Archie Der Archie Actually sehr sehr sick Granaten Auch sehr sehr sick Und noch mehr Brandpfeile Alter hier ist es zu heiß Lol Hit number one Hit number two Okay, das Bett muss weg Sofort Scheiße, ich muss mich wahrscheinlich auch rausraiden Und zwar schnell In der Bude Friert, man Jo, Oblivion, bist du da? What the fuck Jo Hallo Jo Ich stopp's hier von der Tür Bis da What? Ich spreng mich erstmal raus Ich geh an der Hitze nämlich kaputt Ich glaub vier Granaten reichen, oder? Perfekt, perfekt, perfekt What? 84 13 Bringt alles mit Der Anki Sick Sick, sick, sick Okay Ich loot mich hier voll What? What? Woher haben die das denn? Die ist ja mal insane Was wollen die mit der ganzen Muni? Und wo? What the fuck Ich pack mir da mit, was ich kann Aber viel mehr kann ich halt auch nicht tragen, ne? Scheißdreck, Alter Aber gut, für den Anfang Gar nicht mal so schlecht, I guess Warte, warte Das auf dem Zettel Waren das Koordinaten? Dasselbe hatte ich mich auch gefragt Aber Seit dem Raid War der Server wieder wie tot Ich mein Ich hab wirklich niemanden gesehen Hm Das ist komisch Ja Wart's mal ab Ich war dann also auf dem Weg Um rauszufinden Ob der Zettel wirklich einen Sinn hat Ich mein Ich hatte eh keine Action Also Was soll's Okay Also das scheinen die Koordinaten zu sein Die Koordinaten sind halt Legit die Arena, ne? Let's go Ich bin ein bisschen zu früh Aber ich möchte mir angucken, was da ist Und ich sollte auch die Lage checken Bevor ich mich da irgendwie In was reinstürze 8413 bringt alles mit Die Frage ist halt Was meint der mit alles? Ich hatte überlegt Ob die raiden wollen oder so Ob die Raidzeug mitbringen sollen Ich hab aber keine Ahnung Irgendwie macht das keinen Sinn Ich meine die, die ich da geradet hab Das war in der Steinbase Was sollen die halt mitbringen, so, ne? Oh, lol Die Muni Zumindest war das das Einzige, was da Irgendwie mitbringen Worthy gewesen wäre, ne? Aber warum denn Muni? Sieht einigermaßen clear aus Open a note Okay, im Vault ist nichts drin Ich hab noch eine halbe Stunde Circa Guck mich mal noch ein bisschen um Vielleicht finde ich ja irgendwas In jedem Fall werde ich hier aber warten Denke ich, oder? Ich kann mich ja hier super easy verstecken Und gucken, was hier passiert Die Koordinaten sind auch mittig in der Arena Ja, ja, ja Oh, noch eine Note Okay, okay Kann man hier hinter? Oh, das ist huge Das ist huge Alter, okay Hier werde ich mich verstecken Das wird sowas von mein Spot Holy shit Ich kann's nicht sehen Ein Roleplayer Der hat alle Lichter angemacht Und jetzt macht der was am Tresor Der ist unpencoded War er zumindest eben noch Ist halt die Frage, ob ich zuschlagen soll Es sind eigentlich noch 17 Minuten bis zum Treffen So Da kommen halt safe noch mehr, ne? Ach, ich weiß nicht Der zieht ab Hat der was vorbereitet? Ja, der ist weg Lol Warum hat der hier Munition hingebracht? Also das gete ich ja wirklich gar nicht Noch 15 Minuten Ich werde einfach warten Und alter, mein Versteck ist so gut, ne? Das sieht keiner hier Das ist voll im Schatten Und in 15 Minuten müsste es auch immer noch dunkel sein Sehr, sehr geil Okay Dann warten wir Oh, oh, oh Es ist so weit Eine Minute Verspätung Einer ist da Eigentlich Eigentlich Ist jetzt die Uhrzeit Ich sag mal so Ich bin halt anstatt seine Mates hier Oh Da ist noch einer Und noch einer Alles da rein Alles da rein Hat noch genug Platz Was passiert da? Ich crafte mir kurz ne Holztruhe Ich geh da hin Aber nicht mit meinen guten Sachen Scheiße Kann ich die hier irgendwo platzieren? Ich kann die nicht platzieren Da kommt noch ein Archie Wenn keiner guckt Muss ich wegrennen Einer steht am Tresor Einer rennt nach da Go, 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 go Wer von euch wollte jetzt noch was? Ich hab gedacht Jetzt 2000 Schuss Ah ja, das warst du Komm mal mit hier Ich hab's in der Weiber Sorry, ich bin ein bisschen zu spät Alter, what the fuck passiert hier? What the fuck Die Abo Brauchst du sonst noch was? Wenn ihr habt vielleicht noch einen Track Ja, den hab ich zuhause in der Base Der bringt dir ein Mate mit Brauchst du noch ne Flinte? Die hätte ich Alter, da geht irgendein Trade, oder? Ja, aber kein Traden die hier alle? Ist das ein Trade-Treff einfach nicht? Sorry Jungs, ich bin echt stolz auf euch Die monatliche Lieferung gefällt mir sehr Die Muni an sich Kann sich sehen lassen Da freut sich der Chef tierisch What the fuck Wer bist du denn? Ich war ein bisschen zu spät, sorry Bist du neu hier? Jo Hast du nur was mitgebracht? Oder bist du der Neue, der Luke hier angeschafft hat? Ja, ich bin der Neue, genau Alles klar, okay, okay Hast du denn heute schon was gebracht? Äh, ja Hab ich schon in den Träsor gelegt Muni Der war vorhin aber ein bisschen leer, ne? Wie? Ja, da war vorhin nix drin Ich glaube, Halloween fällt für dieses Jahr für dich aus Das geschieht mit Scammern Never Junge Du kommst jetzt in mein Käfig Als wenn ich so ein Scammer bin, oder? Ach, come on Aber meine Longneck ist safe Alles Gucci Damn boy Oh man Ach, nö Oder? Och, nö Ich bin in der Church Cave, ne? Ja Ich glaube, da hinten ist was Ah, Mann, ey Da kommt einer Wow Ist das euer Plan? Ja Bis du mir sagst, wo die Bullets hin sind Welche Bullets? Na, die aus der Steinwelt Die hab ich nicht Doch, die hast du Ich hab Beweise Nein Natürlich Triplock lügt nicht Fuck Ja Ich hab die aber echt nicht, Mann Ich hab die nicht mitgenommen Wo ist denn deine Base? Ja, Digga Wahrscheinlich sag ich dir jetzt, wo meine Bases ist, oder? Ja, wenn du die Bullets nicht hast, kann ich ja mal nachgucken, wenn du mir sagst, wo deine Base steht Ich wusste doch nicht mal, was sie da, dass das, ach, Digga Überleg's dir, und sonst verrotte hier Wow, das ist doch belastend Vor allem wegen den Bullets, ne? Die traden damit oder so, aber ich hab sie halt legit nicht Es nützt nix, wenn ich dem sag, wo ich baue Also, dass ich heute noch in eine Geiselnahme geraten würde, hätte ich niemals gedacht Da war ich nun, gefangen von einem Haufen Roleplayern Zumindest schienen sie welche zu sein Und in jedem Fall wollten sie ihre Munition zurück Viel konnte ich nicht mitnehmen Aber an deren Tri-Block stand nun mal mein Name Ich war mehr oder weniger schuldig Und hatte deren Freunde geradet Die vermutlich Munition für einen Tausch gegen Blueprints gefarmt hatten Zumindest bin ich davon ausgegangen Ich werd die Base schon finden Ey, Digga, komm zurück Komm zurück Er kommt, er kommt Hast du dich umentschieden? Ich bin ganz froh Digga, ich hab's halt Realtalk nicht Ich hab die Mains geradet, okay? Aber ich hab die Bullets nicht genommen Dann war da irgendjemand anders Ich hab sie legit nicht Bist du dir sicher? Ja, geh halt gucken Ich baue bei 50-50, Mann Aber ist doch useless Ich hab die echt nicht Ich überzeug mich da gerne selber Schönen Abend noch Und Abfahrt Ja, das war's mit der Base So fängt man neu an Und ich glaub, da hinten ist echt was gebaut Ich komm auf jeden Fall wieder In meiner Base hatte ich noch nicht viel Und bevor ich noch für Stunden in der Höhle festsitze Dachte ich Könnte es vielleicht die bessere Entscheidung sein Meine Base einfach aufzugeben Oh Uhu, bin wieder da Guck mal, was ich hier dabei Digga Ja, es könnte sein, dass das auch seine Base ist Wow Kann ich wenigstens meine Tapes haben? Meinst du diese? Ja, den kriegst du auf jeden Fall Ausgang ist oben rechts Viel Spaß Wir sehen uns, ne? Das weißt du Ja, ja Macht's gut Wow Was für Säcke Dass sie mir meine Turtles gegeben Und mein Enki vor meinen Augen rausgeworfen hat Das war die eine Sache Okay Dazu muss ich auch sagen Den Ankylosaurus hatte ich von seinen Freunden Aber es ging hier um die Geste Mich danach noch in seinen Turtles Tower reinlaufen zu lassen Das war der eine Tropfen zu viel Und das war der eine Wenn es zu sehen, wer in der Tür ist Das war die Einwanderung Ich schaufe die Geste Ich hole jetzt noch mal den Longneck. Ich hoffe mal, die ist noch da, aber die Truhe wurde noch nicht zerstört, laut Triplock. Und dann gehe ich mir die Base angucken. Ich hoffe, meine Kiste ist noch da. Aber sollte, ne? Wo war die noch mal? Hier. Ja, da hinten. Und Yes! C4. Die Longneck. Ich bin ein bisschen zu schwer, ne? Ich müsste jetzt da sein. Ja. Da ist die Church. Ich möchte erst mal Insights sammeln. Die haben keinen frontalen Outside Tower. Okay. Haben die drinnen einen? Eigentlich müssten... Ja, drinnen haben sie einen mit Heavis. Okay. Und da sind die Türen zu. Die Damen sind zu. Okay, okay, okay. Let's go. Wo kann ich bauen? Hier. Gasoline ist drin. Und gib die Doppeltür. Generatoren bekommen hier Schaden. Das ist auf Scotch Earth aber ganz normal. Das heißt, ich bin zeitlich sowieso limitiert. So, direkt Turret an. Muniride. Okay, okay, okay. Save, 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 save. So, so. Warte mal. Das heißt ja aber auch, wenn die keinen Tag haben, dann geht deren Tower ja auch irgendwann aus, ne? Das muss ich eigentlich nutzen. Ist nur die Frage, ob ich jemals ein Zeitfenster erwische, wo die nicht ihren Tower reparieren, ne? Das wird's halt wahrscheinlich sein. Sleeper hin und Chest hin. Dann kill ich jetzt die Wyvern. Wyvern down. Ich krieg' ein Level up. Zieh mir mal mein Flak-Chest-Piece an. Tür geht auf. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Donate in mein Tower. Fuck, 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 fuck. Ja, 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 ja. Er donatet, er donatet, er donatet. Grappeln, grappeln. Down. Easy clap. So wollte ich das, Junge. Let's fucking go. Ist sein Kit zu schwer? Sein Kit ist viel zu schwer. Pump, 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 pump. Holy shit. Er hat gutes Flak. Die haben ein sehr gutes Flak. Ich baue mir extra Deckung. Wo sind die? Ich seh' ich seh' sie nicht. Ich werd' zirkuliert. Ich kassier' Alter, Digga, what the fuck? Was haben die für Waffen? Oh, noch einer. Noch einer. Es sind zwei. Der rennt rein. Ich seh' keinen mehr. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hit? Wo ist er hin? Der rotiert. Ich zirke' hinter der Düne. Vielleicht sieht er's nicht. Hoffentlich krieg' ich keine Tower Shots. Sieht gut aus. Komm her, Baby. Hallo, Ryder. Die wissen nicht, dass ich hier bin. Ich will den zu Fuß. Ich will den, der zu Fuß ist. Da ist er doch. Da ist der Alu. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Reload, 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 Reload. Warum ist denn der Alu so down? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Den Alu hol ich, den hol ich, den hol ich. Oh, hier ist einer, hier ist einer. Down. Docken. Hintertower. Sauber, 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 Sauber. Zwei Stück. Hits. OMG. Oh. Alter, ich kassier' mies. Ich kassier' mies. Ich kassier' mies. Rotieren, rotieren, rotieren. Er düst. Er läuft, er läuft, er läuft. Hit. Wo ist der andere? Scheiße. Ich bin ziemlich gefickt. Hinten. Er lootet sein Buddy. Scheiße. Ich krieg Hits, ich krieg Hits. Knochen gebrochen. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich seh' sie nicht mehr. Ich geh' ran, ich geh' ran. Keine Muni, keine Muni. Rein, rein. Hab ihn. Mad Bruce, Mad Bruce. Keine Mad Bruce, aber neuer Rumpf. Eine Primitive Pump. What the fuck? Ich hab' eh keine Muni mehr für die Fabi. Ich hab' keine Brust mehr. Nur noch die und keine Hose. Da kommt einer, da kommt einer. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Ja, fuck. Scheiße. Ja, ich bin fucked. Krieg ich mein Kit noch? Hier steht noch einer. Wo ist mein Stuff? Wo ist mein Stuff? Ich hatte es verkackt. Das war der erste Moment, in dem ich kurz davor war, offline zu gehen. Den selber für mich abzuhaken und mir einen neuen zu suchen. Aber, ein Gedanke hat mich nicht losgelassen. Ich mein', wir waren hier immer noch in der Wüste. Auf Scotched Earth. Was wäre, wenn es das Zeitfenster wirklich gibt? Generatoren gehen bei einem Elektrosturm kaputt und müssen ersetzt werden. Was wäre, wenn ich einen Elektrosturm abwarten und tatsächlich die Möglichkeit bekommen würde, zumindest an den ersten Autotunnels vorbeizukommen? Ich hab' mich noch ein letztes Mal zusammengerissen und mein Hintern zum Farben bewegt. Ich war bereit. Oh, da sind wir. Ich werde jetzt hier irgendwo, wo ist denn gut, meine Sachen verstecken. Hier ist gut. Schlafsack hin. Ich verstecke hier mein Ersatz-Kit. Fuck ey, und ich hatte nicht mehr genug für Schrot-Muni. Ich muss mit einem Magazin auskommen. Okay. Dann muss ich jetzt noch auf den Sturm warten. Okay, der Sturm ist aktiv. Es müssten... Es müssten alle Turrets aus sein. Ich muss kurz schauen, ob das stimmt. Hä? Ne, die sind noch an. Wenn die nicht reparieren, komm' ich so rein. 100%. Von hier müsste ich sie doch sehen, oder? Turret? Da war doch ein Heavy. Sind aus! Die sind aus! Die sind aus! Die sind aus! Okay, let's go. Ich hab' nicht viel Zeit. Sobald die reparieren oder der Sturm zu Ende ist, bin ich am Arsch. Sieht gut aus. Okay. Ich dropp runter. Safe. Soll ich den blowen? Ich kann den noch nicht blowen. Sobald die wissen, dass ich hier bin, ist mein Plan vorbei. Okay. 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 Auch aus. Tower. Hohohoho. Joink. Joink, joink, joink. Und C4. Und Bausachen. Gucken wir weiter. Alter. Alter Falter. Dass hier kein Tower ist, ne? Da muss doch eigentlich einer sein. Das ist doch der Chokepoint, der Cave. Lol. Gamer. Gamer. Okay. Okay, ich place my gear in Sleeper. Kann ich hier bauen? Damn. Ich claim den Ground. Wände dran. Dann habe ich hier einfach ein Save-Through. Ich hebe einen der Sleeper wieder auf. Mein Parasaurus detected. Unten. Da ist einer. Okay, okay. Der hat es aber gecheckt. Der hat sowas von mit gesehen. Hier treffen sich die Gänge. Rakete-Mod. Was ist denn mit dem los? Habe ich ihn. Okay. Ich nutze die Zeit jetzt und push vor. Aber hier müsste doch safe noch eine Wall kommen. Safe. Velo? Die Wall ist aus. Aber der Velo safe nicht. Wow. Fuck. Okay, ich brauche mein Ersatz-Kit. Alter, nee. Jetzt habe ich nur noch die Chance hier. Alter, es ist dunkel. Da steht einer. Hit. Habe ihn. Archie. Pump. Oh mein Gott. Und Schrot-Schuss. Die brauche ich. Lol. Was? Lol. Der hat ein komplettes Generator-Set. Und Fabi-Schuss. Er ist einfach huge. Ich bin überladen. Der wollte gerade safe den Generator reparieren. Ich habe nur kein C4. Let's go, let's go. Mein Parasaurus lebt auch immer noch. Was? Wie ist das möglich? Runter. Und schnell. Schlafsack weg. Scheiße, ey. Der hatte nur solche Kabel. Ich kriege den nicht safe geboxt. Aber das reicht mir. Und ich habe nicht viel Zeit. Der verliert auch Leben. Wie die anderen Generatoren auch. Okay, kommt her. Keiner hier. Da war der Velo. Hier bin ich doch gestorben. Wurde ich nicht hier gekillt? Die ist noch da. Ich brauche das C4. Let's go, let's go, let's go. C4, 1, 2. Reicht. Lol. Hallo, 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 hallo. Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch. Er hat mich nicht gesehen. Hinter mir noch einer. Volle Dröhnung. Fuck. Ich muss zu den Tower an. Shit, shit, shit. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Alter, what the fuck, what the fuck. Holy shit. Holy shit. Der geht voll rein. Alter, ich bin gleich dead. Ich bin gleich dead. Rein da. Rein da. Hab ihn. Anno gleich down. Anno down. Gamer. Geschmächt euch eure eigenen Turrets. Alter, ich hab's, ich hab's, ich hab's. So viele Kids. Noch einer. Ich hab noch Rüstung. Wo ist er? Hier, 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 hier. Hab ihn. Trivious dead. Das waren alle. Das waren alle, die ich bisher gesehen hab. Okay, Kids her, Kids her, Kids her. Raketen. Mit ein bisschen Glück schaff ich's noch raus. Tower weg. Ich nehm alles mit. Weg. Ich geh an Hitze down. Ich brauch Schuhe. Oh Gott. Nice, 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 nice. Den Tower hat's auch geblowt. Haha. Ihr Sausäcke. Genau das kriegt man. Perfekt. Du hast die Richtung ohne mich gemacht. Du bist Totsharks. 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 Untertitelung des ZDF, 2020